Manchester United's Trainer José Mourinho hat erklärt, dass eine Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu den Red Devils nie zur Debatte stand. Er lebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Das Thema Cristiano Ronaldo war nie auf meinem Tisch, erklärte Mourinho, als er nach dem 2-0-Sieg seiner Mannschaft beim FC Burnley auf das Gerücht um einen möglichen Ronaldo-Transfer im vergangenen Sommer angesprochen wurde. Ein Wechsel von Cristiano zu uns war nie ein Thema, machte er deutlich. Gemeinsame Erfolge bei Real Madrid Mourinho kennt den fünfmaligen Gewinner des Ballon d'Or aus seiner Zeit bei Real Madrid bestens. Zusammen gewann sie im Jahr 2012 mit den Königlichen die Spanische Meisterschaft. Nach zuletzt drei Champions-League-Titeln in Serie verließ Ronaldo Real Madrid im vergangenen Sommer in Richtung Turin. Bei Juventus hat er einen Vertrag bis ins Jahr 2022 unterschrieben. Mehr zu Manchester United Untertitelung des ZDF für funk, 2017